Als ich 2012 bei Balance Yoga als Geschäftsführer ausgeschieden bin, habe ich mir immer wieder die Frage gestellt, machst du nochmal was Neues, was Eigenes? Oder gehst du tingeln? Ich bin getingelt. Aber jetzt ist es langsam Zeit, zurückzukehren. An einem Ort zu bleiben. 2018 wird nicht nur ein Jahr der Veränderung, es wird ein Jahr für mich, mir einen Traum zu erfüllen, eine Vision wahr werden zu lassen. Ein Ort zu schaffen, an dem es all denen, die dorthin kommen, gut geht. Weil es warm ist, weil es freundlich ist, weil man willkommen ist. Ein Ort, an dem Yoga nicht gepredigt, sondern gelebt wird. Von Menschen, die nicht nur fantastische Lehrer, sondern mir Freunde geworden sind. Ich freue mich auf Timo Wahl, Yoga Studio Frankfurt. Und vielleicht freust du dich mit mir. Und ich freue mich auf Timo Wahl, Yoga Studio Owen deserved. Ich freue mich auf Timo Wahl. Ja, ich freue mich auf Timo Wahl. Ja, ich freue mich auf Timo Wahl. Vielen Dank.